Ritterspiele Früher haben sie in Brixen ganz wild beim Hoferwischteater gespielt. Ritterspiele hat man das genannt und das hat fast jeder gekannt. Einmal, da haben knackst die Knochen. Der Arme hat den anderen niedergestochen. Sie kämpfen grausig allweil wieder. Und einer fällt getroffen nieder. Da kommt dem Ritter welch ein graus, ein ganz lautes Pürzell aus. Jetzt ist der Ritter Glitter gestanden. Es war kein Text nimmer vorhanden. Die Leute haben alles schon gelacht und geschaut. Da schreibt der eine Ritter laut, war es noch eine Spur von Leben, dann will ich dir den zweiten Todesstoß geben. Es war halt nur eine andere Zeit, aber spontan sind sie gewesen, früher auch die Leute. können wir die Menschen auf einigen시는n geben. Äh swissiged. Aber hier kann man nur einNiceer, wie soll das Ölg API tienen Content auch hier aus. Hmm, das ist ein gesund kampf, glückendes zu Uni? Das ist ein gesund bei mir.